Fünfhundert siebentausend achtundneunzig oder so. Fünfhundert siebentausend achtundneunzig oder so. Fünfhundert siebentausend achtundneunzig oder so. Boah, geil, Mann. Ja, geil. Gehielt. Wuuuuh. Und hier. Ja, ja, ja. Mit R. Erstmal ficken wir hier. Geist gerade aus dem Leben gekommen. Ja, 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 ja. Okay, jetzt ist er offen gefallt. Boah. 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 Was? Ach so, ich habe verstanden. Wie gelesen, zarte Objekte. Wechseln. Uh. Ne, wie machst du das? Eigentlich echt viel Spaß. Wie lange haben wir denn noch? Alter, alter. Die Erde weh. Ich hatte mir auch überlegt, äh, Risen oder Gothic dabei zu LP. Wer das pennt oder auch, äh, teilweise Skyrim. Dann habe ich Skyrim probiert. Und. Das habe ich gemerkt. Und. Dermaßen in der Nase. War gar nicht aufgehört. Kennt ihr das? Ihr schreckt. Bisschen habe ich gespielt. Ich war nicht hier drauf. Hab jetzt dieses, äh, Blank. So, dass ich das noch nicht. Ich hab jetzt Blank. Ich hab jetzt Blank. Und. Um eben, äh, ja. Einstellungen einzunehmen, so. Toneeinstellungen und so. Die musste ich verbessern. Für, äh, endlich davor nur. Das war anfangs wirklich extrem laut. rosoft. Ich hoffe, ich kenne nicht zu. Wenn nicht. Nein, Mann. Oh Gott! Warum fail ich so? Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, irgendwas, äh, tolles an Themen ansprechen werde. Nein. Komm, wie kriege ich das nun, man? Ich könnte kotzen. Äh, ich kann's gleich. Das ist doch nicht verarscht. Gibt's doch nicht wie so ein Enterhaken in Dark Souls 2. Gibt's doch so ein Enterhaken. Ah, Juhu. Ich sollte unbedingt mal speichern. Ich muss nicht befreichern. Ich habe viel. Huh, bitte den rechnern nicht auf. Übernehmen. Entschuldigung, muss so sein. Uah. Motherfucker. Alter zu leben. Wir hier einfach mal in den Hotel. Geht man gar nicht. Geht ja. Oh. Oh. Ja. Oh. Ich will die Blätter anfangen. Ich will dich doch nur rumbringen. Warum? Also wenn mich erinnert und den Grund, weißt du, ich würde dem sogar noch helfen. Alter. Oh. Zu früh gefreut. Ich hab was ausprobiert und... Scheiße. Ja. Ja. Scheiße. Wahrscheinlich, der ist jetzt so gut. Äh. Ich muss extra aufbauen. Jetzt. Ich geh auf. Uaaaah. Geil. Geil. Boah. Wir haben es gerade noch so geschafft. Ey, gerade noch so. Cool. Wo geht's mein Team? Weil Team. Also, ja. Aber sind wir da möglich. Ja, cool. Und bevor ich jetzt den Endbus mache. Der Rat hat dir befohlen wohl... Ja, ja. Der Rat hat mir also das und das befohlen. Der Rat kann mich auch mal. ein Problem zu suchen. Also, fang damit an. Man kann ihn auch nicht töten. Oh. Oh. Ich will zurück zum Mami. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich... Ich... ... ... ... mit den Bund. Sollte ich's echt lassen. Mit den Bund. Sollte ich's echt lassen. Ja. Wie geil. Ich mag das jetzt schon. Ich mag das jetzt schon. Ja, ich hab mal überlegt. Was ist denn das, oder? Irgendein Ego-Schwitter zu zocken. Und da dachte ich halt. Ego-Schwitter kann jeder zocken. Ganz ganz ganz. Auch jeder zocken. Cool. Und ich glaube genau. Nach dem. Hören wir. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Alter. Dann. Ist das dritte Königreich verloren. Alter. Ungefähr ein Jahrhundert. Alter. Alter. Also. Ist das Königreich der Menschen. Verloren. Richtig. Subtil. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Vulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. in der Welt in der Welt ist. Are wir beide auf die Seelen. Gön. Lachen. hinter dem zerstörer steckt du wirst die antworten und die quelle seiner macht dort finden hast du es so eilig zu sterben du bist nicht einmal ein schatten deines früheren selbst du würdest nicht einen moment überleben abgesehen davon ist der weg zu dem turn durch dämonen magie verhüllt nicht einmal ich kenne den weg wer kennt ihn stelle meinen hunger dann stelle ich deine neugier mongo aber errungenschaft freigeschaltet das genau hier machen wir nun weiter in der nächsten folge ciao